Oh, wenn man im richtigen Moment blockt, schlägt man zurück, oder? Okay, alle Bugs gefixt. Okay, umquackt für die Seele, äh, junge Dame, ja, ich lächle sie auch grad an, aber sie haben da was am Kopf, ja, da erzählen sie mir was. Hä, aber siebenmal verstanden. Wieso habe ich alle Klamotten siebenmal? Weil ich die Wurden alle gelootet hab? Muss das so? Ich meine, ich nehme das auch alles und verkaufe das, so ist jetzt nicht, aber... Hallo Nico! Schönen guten Nachmittag! Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe gerade geguckt, der Kleiderschrank-Bug ist nicht mehr da. Oder war das in meinem Inventar mit dem Bug? Warte. Oh. Gut. Ich glaube, ich habe dann immer noch alle Klamotten siebenmal. Achso, wir können hier nicht über den Zaun. Unser Opfer ist da grad so schön am Strohballen. Ich habe ihn einfach in Embryo-Stellung in den Heu-Haufen geworfen. Ähm. Oh. Oh. Ich habe mich festgefahren. Ähm. Ich habe mich festgefahren. nicht so schnell wie nicht so schnell habe ich gesagt was ist das warum ich komme nicht weg ich bin drin wo bist du hä moment versteckst du einfach im boden das ist unfair hey das ist gemein das cheaten jetzt kann ich dir nicht mal looten doch kann ich wow wo gehen wir hin wo geht wer hin hier lang wir kommen pasifika kennst du pasifika gut nicht den roten teppich für die leute von draußen aus sollte eine eigene stadt werden wo arzt die ihre edis verprassen ist aber ich habe auch kein scan frage ist wen kann ich denn hier an hier ist einer mal der cyberwehr dass er unsichtbar ist und er wollte mir auch keine einzelheiten stecken sieht aus wie ein kinderbuch burgen dietriche könig kujote ich dachte ich kann mit ihm reden da stand reden er hat sich verschluckt kann ich mit ihm reden schade dann werden alle verständnis dafür haben teron alle werden dafür verständnis haben ich dachte gerade die kommt zu mir und wollte schon sagen woher weiß die dass ich hier liege ich bin so Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein! Haha! Oh, sie war gerade auf dem Weg zu mir. Haha! Aufgabe fertig! Es hat mich sogar noch verletzt, weil ich reingerannt bin. Die hören mich nicht. Was? Hilfe! Das dauert nicht lang! Alter, was passiert hier gerade? Ich will nicht hier in dieses Ding rein! Oh Mann! Ich habe vorbeigeschossen, oder? Wie er einfach im Sprung eingeschlafen ist. Ich muss kurz was trinken, Chat! Was ist mit der Waffe los? Was ist mit ihr da oben in dem Laden? Ich glaube, sie hat einen epileptischen Anfall, Chat. Das ist ein R! Entschuldigung! Sie glitschen! Oh, die ist einfach aus dem Boden aufgetaucht! Wirklich! Die Updates, die letzten! Was ich allein heute schon für Glitches und schwebende Gegenstände hatte. Das ist doch nicht normal, oder? Wirklich! Guten Tag! Wer hat hier noch Reichtümer? Moment! Bin ich gerade im Boden versunken? Wirklich! ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.